Die Südpol-Show. Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht. Hallo, wir sind die Südpol-Reporter aus München. Könntest du dich kurz bei unseren Hörern mit deinem Namen und deiner Aufgabe im Film vorstellen? Okay, also ich bin Katja von Garnier und ich bin die Regisseurin von Ostwind auf Probe nach Ura. Im Film sind ja manche Sachen anders als im Buch. Muss man solche Sachen mit der Autorin absprechen? Naja, also die Autorin vom Buch ist ja auch die Autorin vom Drehbuch. Und wir hatten ja Original, also der erste Ostwind, den gab es ja bevor es überhaupt jemals ein Buch gab. Und das erste Buch von Ostwind basiert ja auf dem Original-Drehbuch, auf dem Original-Film. Und dann war sie mit den Büchern immer ein bisschen schneller und dann haben wir halt geguckt beim zweiten Teil. Ah, was ist da vom zweiten Buch gut für den Film? Und was wollen wir noch neu dazu machen? Und dann haben wir so eine Mischung gemacht, neu. Und hier war es ähnlich, aber hier haben wir uns eher mehr noch ins Buch gehalten. Diesmal mit zu ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, ah, die sind für einen Film vielleicht nicht so gut zum Spiel, dass 34 bei uns lebt und so. Also solche Sachen, also die setzen wir uns zusammen hin mit der Produzentin, die Autorin und ich und überlegen, was da dann davon in den Film reinnehmen und was nicht. Drehst du gerne mit Tieren und war es schwierig, mit den Pferden am Set zu drehen? Ich drehe sehr gerne mit Pferden, mache alles gerne mit Pferden. Wie lange hat es gedauert, den Abspann zu drehen, da das Fohlen ja immer älter wird? Ah, den Abspann haben wir als allererstes gedreht. Also den haben wir, weil das Fohlen war ja dann, klar, also einen Monat alt oder so und dann wussten wir ja, okay, das wird größer, wir wollten es auch mal schön im Wetter haben und mit Blumen und so weiter. Und deswegen haben wir das als allererstes gedreht. Was ist deine Lieblingsstelle im Film? Auf jeden Fall eine der Stellen, die ich am liebsten habe, ist das mit der Empfohlen und auch, wenn Tara die Wildpferde ruft. 92,4 kurz nochmal mit deinem Namen und deiner Filmrolle grüßen. Hörer von wem? Der Südpuls-Show. Ah, okay. Hallo, ich bin Katja von Garnier und ich grüße alle Hörer von der Südpuls-Show 924. Moment, das mache ich nochmal, ja? War das richtig? 92,4. Ach, 92,4, okay. Hallo, ich bin Katja von Garnier und ich grüße alle Hörer von der Südpuls-Show 92,4. Okay, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für's Zuschauen.